Nee, das Blatt rechts sieht nicht aus wie noch ein Level. Schau mal, Schlachtfeld. Schlacht um die Normandie. Das war eine voll doofe Idee. Weißt du Hopper, die Natur hat ihre eigenen Gesetze. Die Ameisen sammeln das Futter und die Ameisen behalten das Futter. Und die Grashüpfer verschwinden. Führte die Revolte an. Zeig den Ameisenvolk, wie es gemacht wird und besiege Fred. Nicht Hopper, sondern Fred. Okay, Fred. Ich hebe hier nur Körner auf. Aua. Wo ist jetzt die Spinne hin? Oh, das gibt einen blauen Fleck. So, ich muss mich hier erstmal kurz akklimatisieren. Körner, Körner, Körner. Oh ja, Schluss mit den roten Bären. Ja, rote Bären brauche ich nicht. Repper. Aber das macht die ganze Sache natürlich ein bisschen schwieriger. Körner, Körner, Körner. Im Sinne von, äh... Ich hebe hier nur Körner auf. Das wollte ich nicht. Die schmeißen mir Bären hin. Das Problem ist... Hab ich eine... Mann! Hab ich eine goldene Bäre? Bringt mir das natürlich einen Scheiß. Ja! Ich hebe hier nur Körner auf. So, die 50 sind komplett. Bist du sicher, du bist das gut? Na los, hoch die Fäuste! Kann ich da so hoch? Nee. Bist du sicher, du bist das gut? Ich bin mir überhaupt nicht sicher, Mann. Ach, komm schon! Bist du sicher, du bist das gut? Nein! Okay, hier ist... Lila. Schau mit den roten Bären! Bye-bye, Spinnen! Ich zieh dir die Haut über die Ohren! Verstehen! Was ich nicht ganz verstehe... Ach, komm schon! Oh, das gibt einen blauen Fleck! Doch, das könnte gehen. Wenn er denn einmal anständig... Bist du sicher, du bist das gut? Genau, weil jetzt habe ich nämlich einen... Oh, ja! So, was grünes hier... Und kann damit den Scheiß da einsammeln, den ich jetzt da... brauche. Ja. Oh, er hat recht. Schluss mit den roten Bären! Ach, komm schon! Oh, das gibt einen blauen Fleck! Lustige ist mal... Tötet er sie beim Draufhupfen, bei einem anderen Mal kriege ich Schaden, wenn er draufhupft. So, Verfolgerbäre. Also, ich lasse mich jetzt von dem Typen da gar nicht beirren. Schluss mit den roten Bären! Der kam mich jetzt da auch einfach mal am Arsch. Ich sammle jetzt erstmal alles ein. Bevor ich mich um ihn kümmere. So. So, da hinten ist dann das vorletzte Lila-Net, das wir brauchen. Ich bin mir so halbsicher. Habt ihr! So. Jaja. Stress mich mal nicht. Gut. Damit ist das, was wir brauchen, auch schon fast vollständig. Da ist die letzte Münze für die goldene Bäre. Aber erst hole ich mir schnell das F. Dann ist das nämlich vollständig. Und ich muss den Scheiß nicht nochmal sammeln. Das kann ich gut gebrauchen. So. Jaja, mach das mal. Das interessiert niemanden. Da hinten ist sie. Oh Gott. Hau halt ab, Mann! Bleib stehen! Boah, ist der nervig. Bleib stehen! Diese Bären haben keine Wirkung. Ist mir eigentlich egal. Ich schwöre, der regt. Der nervt! Hau halt ab, Mann! Na los, hoch die Fäuste! Diese Bären haben keine Wirkung. Das ist dein Scheiß-Ernst! Das ist dein Scheiß-Ernst! Bist du sicher, du wirst das tun? Ich zieh dir die Haut über die Ohren! Ja! Ich zeige Hopper, wie stark ich bin! Kann der mal weggehen! Verdammte Scheiße! Oh, Goldbeere! Hau ab! Sie hat die größte Durchschlag! Ich zeige den Einheit! Ey, das ist nicht nett! Ich schau! Hau ab, Mann! Hoch die Fäuste! Boah, einmal mit Profis arbeiten, ey! Wolf die Fäuste! Okay! Wollen wir bloß schauen, dass ich die auch alle kille! Bevor ich da aus Versehen sowas Rotes einsammle! Ich schau mich nicht für dich auf! Ich schau mich nicht für dich auf! Bleib stehen! Ah! Gemeinheit! Gemeinheit! Boah! Hau es halt mal ab! Ich schau mich nicht für dich auf! Das war's! Ich glaube, wir haben es durch! Boah, der ist voll zersprungen, Alter! Wie grausam! Nervig! Eigentlich nur nervig, weil man das sammeln muss! Ansonsten ist ja total easy! Das bin ich! Okay! Das war's, glaube ich! Oder kommt da noch mehr? Vielleicht kommt noch ein Bossfight! Ich meine, wir müssen ja Hopper noch bekämpfen! Okay! Land in der Tod! Nein, bitte! Wow! War das clever? Man weiß es nicht! Das ist dann doch noch nicht durch! Ich dachte, das wäre der letzte! Ameisenhügel Teil 2! Kommt doch noch was! Die Flucht der Grashüpfer! Rette Atta vor Hopper! Mach ich! Diggi! Gar kein Problem! Ja! Ihr armseligen Ameisen habt zwar die meisten aus meiner Bande verjagt, aber ich habe eure Prinzessin! Hey, Typ ab! GG! Leck dich nicht mit uns an! Uh! Hey! Hopp! Hoppa! Hoppa! Juhu! Hopp! Fortschritt! Leck dich nicht mit uns an! Hopp! 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 Seid ihr irgendwie dumm? Ach, das hilft! Alles klar! Also! Oh ja! Wir sind hier noch nicht fertig, Freunde! Ich muss ein Bärengeschütz wachsen lassen! Ein Bären... Wah! Das kann ich gut gebrauchen! Wo kommt der denn her? Oh ja! Rapper! Huch! Das hilft! Ich brauche mehr Bärenpower! Ja, das habe ich mir gerade auch gedacht! Nimm das! Kriegen wir schon noch hin, mein Freund! Nur keine Panik auf der Titanic! Da ist was Blaues! Ich muss ein Bärengeschütz wachsen! Blau interessiert mich eigentlich überhaupt nicht! Liegt daran, weil Blau so unnütz ist, aber okay! Schauen wir mal, ob das schon ausreicht oder nicht! Oh! Ne! Alles klar! Hey! Nimm das! Ne! Das wäre aber auch zu einfach gewesen! Einfach da hochhupfen! Das wäre... Ja... Ja... Oh! Ich brauche mehr Bärenpower! Das sind die beiden! Mhm, 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 mhm! Ich weiß gerade gar nicht, wo der Regen herkommt! Wäääh! Mhm! Oh ja! Fortschritt! So, also ich habe einen Grashopper gesehen... mit... einem Samen in his hands! Frage ist... Aua! Hau doch ab! Wie entreiße ich ihn diesen Samen? Da ist ein L... Nimm das! Oh ja! Ich... Oh! Ja! Mhm! Ach, das hilft! Oh ja! Okay, jetzt haben wir hier schon mal ein Röslein! Schon mal gut! Fortschritt! 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 Komm wieder nicht ran! Oh, sei doch nicht immer so ein Opfer. Das ist so schlimm. Wie will er denn einmal cool werden, wenn er sich anstellt wie der letzte Ficker auf Erden? So, jetzt haben wir hier einen Heilbären-Schießer, aber der ist eigentlich genau das, was mich überhaupt nicht interessiert. Okay, okay, okay. Jetzt könnte man hier eventuell etwas bauen, was uns weiterhilft. Nämlich hier eine höhere Pflanze. In etwa so. Ja? Ja, ja, ist ja gut. Das habe ich schon verstanden, Mann. So, Nummer 1. Viel wichtiger ist aber, wie kriege ich eine beschissene mehr, also mehr Durchschlagskraft in meine Attacken? Dann, mach mal dich mal weg. Du bist scheiße, dich mag ich nicht. Mach das halt raus jetzt! So, einmal so. Dann ist da nochmal blau. So ein Schutzschildding, glaube ich. Okay. Also, wenn ich das richtig analysiert habe, haben wir nur einen einzigen Samen, der frei verfügbar ist. Der Rest ist alles fest. Zumindest sehe ich hier sonst keinen rumliegen. Okay, bin schon mal froh, dass der Regen mich nicht tötet. Ja, schon mal ein guter Ansatz. So, okay. Da ist das L, aber das ist mir egal. Ich muss gucken, wo noch Münzen sind, die mir weiterhelfen. Natürlich, ich latsche einfach mal konkret gegen die Bäre. Da war nichts. Oben war eine, ja, okay. Das habe ich verstanden. Und hier ist der. Geht das, oder ist das... Doch, der killt den, oder? Yes. Nimm das. Sehr schön, ha? Das hat ja sogar funktioniert, dass der den killt. Ja. Äh, äh, das wiederum ist jetzt, äh... Nimm das. Hab dich. Okay, einmal haben wir jetzt das L. Da hinten ist noch das I. Kommt auch noch mit in unsere Sammlung. Ah, das wird nicht gehen. Diese Bären haben keine Wirkung. Ich könnte natürlich da jetzt auch so eine Schießerblume hinmachen. Das würde den wahrscheinlich killen. Okay. So. Gut. Also L und I haben wir. Da ist das K. Wo ist denn dann das F? Oh, dieser scheiß Stampfer. Der ist so überflüssig und nervig. So, wo ist jetzt das F? Da oben, oder? Stellt sich die Frage. Wie bekomme ich denn jetzt so eine Bäre da hoch? Verstehst du? Das ergibt irgendwie keinen Sinn. Weil ich halt... nicht die Möglichkeit habe. Hey, Chivapchichi! Ja, ja. Chivapchichi. Hab nicht! Es gibt ja keine Propellerblume oder so. Also muss es irgendwie anders gehen. Komme ich hier mit einem Samen hoch? Ist das möglich? Oder nicht? Ne, da fällt man runter. Das verstehe ich nicht. Muss ich mal schauen. Irgendwo habe ich was vergessen. Da kann man auf jeden Fall ja auch noch hoch. Nochmal was Goldenes. Ja, ja. Okay. Das ist die Schießblume, die dann nochmal verbessert wird. Genau. Da oben hupft der rum. Bye-bye, Spinne! Die Frage ist, wie bekomme ich denn... Körner, Körner, Körner! Der hat einen Samen. Wenn ihr das richtig sehe, schießt die Blume ja bis hierher. Ah, ich habe das F gefunden. Ja, genau. Einfach ins Nichts schmeißen. Okay, also das F haben wir auch. Dann ist der Buchstabensalat schon mal fix und fertig. Nicht? So. Die Frage ist, dass wenn ich jetzt... Das da ein bisschen näher hinstelle, ob er den dann abschießt. Ich weiß jetzt nicht, ob das so funktioniert. Aber was anderes kann ich mir nicht mehr... Oh, Mann! Du blödes Ameisen-Mistviech! Nee, das reicht nicht. Greift der mich an? Nee, der fliegt da einfach nur dumm rum. Das könnte nützlich sein. Könnte, ja. Wenn ich dann auch nur wüsste, wie ich das da hinten hochbekommen soll. Da habe ich mir ja auch noch keine Gedanken drüber gemacht. Wie komme ich da ran? Merkwürdig. Da ist auf jeden Fall noch mal so ein blaues. Habe ich gerade gesehen. Hab dich! Das könnte man vielleicht mal schnell noch einsammeln. Wo ist denn das? Hä, wo war... Ach, das war hier. Bin ja genau davor. Okay, da ist auf jeden Fall noch mal ein blaues. Aber blau ist jetzt gar nicht so das, was ich eigentlich brauche. Da ist der Hopper. Mit der Atta. Na scheiße, da wollte ich jetzt gar nicht runterfallen. Das war ja wieder voll dumm. Okay, da ist auf jeden Fall auch noch mal so ein Samen. Dafür werde ich den wahrscheinlich brauchen. Vermutlich. Okay, ich hole mal die blaue Scheiß-Münze da. Nein, nein. Dafür brauche ich... Einmal dich. Okay. Und hoch da. Nimm das! Okay. Supersprung. Hm, 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 hm. Supersprung. Ah. Doch, 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 doch. Supersprung hilft weiter. Lass ihn in Frieden, Hopper! Spuck. Nicht dahin. Da kann ich's auch nicht sammeln. Ey, spuck das doch irgendwo hin. Ich will dich retten, Atta! Supersprung! Na also, so. Der müsste mir jetzt in der Theorie tatsächlich weiterhelfen. Ah, das hilft. Dann... Ja, hab dich! So, was schießt der jetzt? Verfolger-Bären, glaube ich, oder? Nö. Hä? Ach so, Propeller! Ach, klar. Völlig logisch. Eck. Völlig falsche Farbe. Das ergibt Sinn. Und das? So, das heißt, den nehm ich mal mit. So komm ich nämlich auch, äh, an dieses Ding da hinten ran. Weil, was mir gefehlt hat, war ja die Bäre, die da hoch muss. Samen, was auch immer. Weg, du Aldefotz. So, einmal das bitte. Danke. Nimm halt! Ich brauche mehr Bärenpower! Lass mich in Ruhe! Hä? Und nicht dein Ernst, dass ich da jetzt immer noch nicht rankomme? Moment, aber ich komme da drüben ran. Geh mal erst auf die andere Plattform da hinten. Weg, 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 weg! Kannst du mal weggehen? Mann, ey! Was ein penetrant, nerviges Ding. So, das ist vollständig. Ne, das funktioniert irgendwie nicht. Wieso funktionierst du nicht? Hol' ich mal den anderen Samen noch dazu. Der war doch da auch noch irgendwo. Sollte zumindest da irgendwo sein. Nicht wahr? Ich weiß jetzt nicht mehr, wo ich ihn hin hab. Ach, okay. Kommando zurück. Für den zweiten Samen müssen wir natürlich erstmal den zweiten Samen freischalten. Und das machen wir, indem wir den einen Samen da hochbringen und dann eine Puste-Schieße-Blume machen. Und daraufhin haben wir dann zwei Samen. Geh weg! Hau ab! Geh weg! Wird schon. Das wird schon. Einfach durchlaufen. Da macht das dann immer, weißt du? Wenn das nicht machen soll, macht das dann immer auf Anhieb. Nein, das war irgendwie so gar nicht das, was er machen sollte. Der ist schon eher. So. Jetzt pass auf. So, jetzt schieß den da mal ab, bitte. Ja! Ja, bist du denn völlig geistig behindert? Was ist denn das für ein unnützer Scheiß? Mach mal jetzt. Also bitte. So, Moment. Hatte ich hier nicht. Ah, das habe ich mit dem Supersprung gesammelt. Genau. Gut. Wehe. Wehe, du schießt den Scheiß Samen. Okay, Glück gehabt. Ich wollte gerade meckern. Aber nee, 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 nee. Ist noch alles im lilaen Bereich. Wenn wir beide Samen da hoch katapultieren. Ich habe irgendwie die Vision vor Augen. Also was dieses Blatt da angeht, das finde ich am merkwürdigsten, ehrlich gesagt. Hau ab! Sag mal, geht es eigentlich noch penetranter? Du Scheißviech! What the fuck ist denn mit denen los? Verfolge mich da über 50 Kilometer. Oh Mann. Einmal. Einmal das machen, was ich von dir möchte. Du blöde Ameise. Nimm das jetzt. Und Attacca. Okay. So, jetzt holen wir den anderen Samen noch. Dann haben wir beide Samen da hinten. Und ich glaube, das ist in der Sache. die Bären haben keine Wirkung. Ja, ja, ist mir schon klar. Bin mir irgendwie nicht sicher. Boah, aber ich glaube, es gibt hier keine goldene Bäre. Weiß zwar nicht, wie ich dann da weiterkommen soll, aber gut. We will see. Zumindest habe ich jetzt nichts mehr gesehen, was einer goldenen Bäre auch noch in entferntesten nahe kommen würde. So, dich mache ich jetzt gleich kaputt, weil du regst mich eh auf. So, Mistfotz, Alter. Alles klar, beide sind oben. Boah, der ist auch so penetrant, gell? Der rennt mir jetzt nicht bis davor, rennt der mir hinterher. Genau, da muss dann ein Samen noch hoch und dann haben wir da die nächste Schießeblume und das ist die nach oben, wenn ich mich nicht irre. So, wo ist der Samen, den ich da, da. Gut, 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 gut. Ich glaube, dass wir das schon irgendwie hinbekommen, hier. Der ist ein bisschen arg nervig, wenn ich ehrlich bin. Boah. Ist das da oben gelandet, oder? Nein. Ist vorbeigeflogen. Ja, jetzt hör halt auf. Hallo. Schwierigste an dem Spiel, die Steuerung. fall halt da nicht runter, Mann. Mach mal so, ich glaube, dass das besser funktioniert. So. Genau, das ist jetzt die nach oben Schießerblume. Mann, lass den Scheiß. ich weiß aber nicht mehr, welche Farbe die schießt. Aber mit der kann ich jetzt, glaube ich, den Hopper killen. Lila, alles klar. Okay, wollen wir mal schauen, ob ich da... Ja, ja, ja. Der Chewap und der Chee-Chee. Ich habe noch keine einzige farbige Berik sehen. Ich weiß jetzt nicht, ob das klappt oder ob das nicht ein bisschen zu hoch ist, aber ich muss es zumindest versuchen. Anders kann ich es mir jetzt nämlich dann nicht mehr vorstellen. Nee, okay, das ist zu nah dran. Oh, Mann, einmal. Schön. Okay, was ist das für eine Blume? olie hohe. Wee. Hey, Chee-Wap. Chee-Cin. Nee, komm! Hä? Aha. Boah, ist das umständlich. Okay, wenn er reinläuft, stirbt er auch. Das ist schon mal gut. Oh, okay. Nervig. Das ist ja mal nervig. Oh Gott. Muss ich jetzt wirklich so durchs Level laufen und jeden einzelnen so erledigen? Selbst diese Bienen oder was das da ist? Das ist ja behindert. Wie nervig. Aber das ist der goldene Bärenersatz, gell? Schon auch interessant irgendwo. Gut, muss ich halt das so machen. Kostet Zeit, ist unnötig, aber gut. Alles klar. Nur noch 10. Obala. Ist ja nicht viel. 10 Gegner so noch erledigen. Gar kein Problem. Gut, dass das Ding explodiert. So. Da hinten war noch eine Heusch... Ja, genau. Hier sowas da. Ah! Läuft! Moskito. Oh, jetzt weniger cool. Na, kommt der jetzt auch mal wieder, oder? Na, also. In sein eigenes Verderben. Gehen wir mal schnell noch da hoch. Da war, glaube ich, mindestens auch noch ein Gegner. Genau. Das muss weg. Weil das tötet mir. Diese blöde Spinne. Alles klar. 10 von 15. Ich weiß nicht, ob der Hopper auch als Gegner zählt, aber das werden wir rausfinden. Alles klar. Sehr schön. Interessant, gell? Das aus diesem... Im letzten Level kriege ich quasi... ...die Möglichkeit... ...einer goldenen Bärenblume. Oh, ja. Nice. Guck mal her, da. Stinke Bäder. Nice. Noch zwei. Und die zwei sind genau noch da oben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Einmal... Alles klar. Sehr schön. Nochmal so ein Moskito. Der da irgendwo rumfleucht, hier. Guck mal her, da. Rapper. Nice. Okay, damit haben wir alle Gegner weg. Alle Buchstaben gesammelt. Alle Samen haben wir... Also, Körner haben wir auch. Jetzt fehlt nur noch der Meister Hopper. Und dem... Ohrreidigen Zipfee werden wir jetzt am Besuch abstatten, nicht wahr? Der ist nämlich da hinten. So, jetzt passen wir auf. Ich werde dich retten, Appa. Ich werde's dir zeigen. Ha! Biss von Sonny! Ich werde's dir zeigen. Biss von Sonny! Ha! Biss von Sonny! Ha! Biss von Sonny! Ha! Biss von Sonny! Ha! Biss von Sonny! Oh, gut gemacht. Hier sind die Retter des Universums. Man kann nie genug Tana haben. F-L-I-K heißt Flick. Das bin ich. Okay. Oh, ja. Okay. Boah, jetzt hat die Kurzangst. In that face. Kommt da jetzt noch was? Oder... Dich... Weißt du's jetzt nicht? Okay.